Den Elternsprechtag gibt es zwei Möglichkeiten, die erkläre ich beide. Das erste ist das Schnelle, das andere das ein bisschen bequeme, sichere. Aber am Anfang mehr Arbeit. Also ich kann ja einfach mal eine Besprechung starten an dem Elternabend und dann bekomme ich die Möglichkeit, Eltern, wenn ich die Mail habe, per Mail einzuladen oder wenn ich den Namen vom Schüler weiß, das würde ich jetzt machen, Max Müller. Dann tippe ich den ein und dann lade ich die ein und die Eltern sollen sich vorher einloggen unter dem Account ihres Kindes in Teams. Ich habe das Problem, vielleicht, gerade bei so einem Allerweltsnamen, also bei Max Müller gibt es in München vielleicht zwei oder drei, das ist ein bisschen die Gefahr. Also ich muss dann wissen, welcher Max Müller vier oder so ist der Max Müller, den ich brauche. Bei den meisten Namen, wenn ich aber da schon Kontakt habe, schlägt Teams schon die vor, die in meiner Klasse sind. So und jetzt das Zweite, was ich machen werde, das ist am Tag vorher mehr Arbeit, aber dafür ist es am Tag des Elternsprechtags entspannter für mich. Ich werde ein eigenes Team bauen. Dieses Team nenne ich dann also Team erstellen und das wird so ein Kursteam sein und dieses Team nenne ich Elternsprechtagplatz, mein Name und dann auf Weiter. Und hier werde ich dann schon mal die Namen aller Schüler hinzufügen, bei denen sich die Eltern bei mir angemeldet haben. Eben schon ein, zwei Tage vorher und dann weiß ich, habe ich die richtigen drin. Wenn ich mir nicht sicher bin, Max Müller ist es, Max Müller 1, Max Müller 2, dann kann ich auch dem Max einen Code zukommen lassen. Ich klicke da hin, dann Team verwalten, das übliche, hier Einstellungen und dann kann ich hier Team-Code, einen Team-Code erstellen und diesen Code den Eltern weitergeben und dann kann sich der Max Müller selber in dieses Elternsprechtagplatz einwählen. Und dann habe ich eben schon, bevor der Tag losgeht, ein Team mit den 15 Leuten, die mit mir reden wollen. Sobald ich in dem Team bin, dann jetzt besprechen. Die Besprechung kann man auch schon am Tag vorher planen, das wäre vielleicht das Beste. Und dann, wenn ich drin bin, dann kann ich starten. Ich mache immer, das ist sehr wichtig, weil es gibt ja wirklich private Sachen. Ich schaue immer, dieses Mitglieder ist immer offen, dieses Mitgliederfenster und dann sehe ich, wer ist außer mir noch drin. Und es sollen eben genau die Eltern sein, mit denen ich reden will und ich sehe, dass da kein weiterer drin ist und dann bin ich sicher. Ja, dann passt alles. Und die Eltern sind ja automatisch, es gibt ja diesen Wartebereich und dann sind die nächsten Eltern, können ja schon im Wartebereich warten und die lasse ich rein und schmeiße die anderen raus. Das müsste dann eigentlich ganz gut klappen. Wer sich unsicher ist, probiert es am Tag vorher einfach mal aus.